So Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Syndicate Games. Da geht's auch schon direkt los, hier wieder in drei Sekunden. Ach Alter, was ist denn jetzt mit dem los gewesen? Der ist einfach gegangen. Zack, dann geht er einfach mal. Ja gut, dann gehen wir zum nächsten hier. Zack, der ist einfach gegangen. Wieso geht der einfach? Ach, der will irgendwie nicht, der will irgendwie mit jemandem bestimmten spielen. Dann gehen wir jetzt mal rein. Na, jetzt haben wir jemand anderen. Gut. Gut, dann können wir jetzt mal hoffentlich mal loslegen, ohne dass er wieder rausgeht. Oder ist das ein neuer Bug? Ne, ist kein Bug. Gut. Dann mal los. Oh, das wird... Oh, da ist schon eine Waffe drin und ganz gut Kleidung schon. Dann ziehen wir uns mal direkt an. Ist er gerade rüber gegangen? Wenn ja, weil das ist natürlich ein praktisches Ziel für uns. Ne, ist er nicht. Doch, ist er doch. Oh, eine Waffe. Eine Waffe. Hat mich erledigt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein Herz dann noch gehabt. Na gut, dann gönnen wir ihm das einfach mal. Aber der hat nichts in Rüstung gehabt. Er hat mich trotzdem bekommen. Na gut, dann machen wir nochmal weiter. Hier, zack. Gleich den nächsten hier noch. Alter, der war aber irgendwie... Der war aber nicht schlecht. So, haben wir den nächsten auch den gleichen nochmal. Das heißt, immer so eine kleine Revanche für uns. Okay, dann wollen wir uns das mal wagen. Dann wagen wir uns einfach mal. Und... Shit, keine Waffe. Ich habe es natürlich immer lieber, gleich am Anfang schon eine Waffe zu haben. Weil das dann irgendwie... Weiß ich nicht. Hier fühle ich mich irgendwie sicher damit. Na komm... Dann holen wir uns aber gleich nochmal die Enderpellen schon mal zum... Im Voraus. Denn die... Sind nämlich immer gut. Also mit Enderpellen kann man nichts falsch machen. Von dem kriegt man ja eh keinen Fallschaden. Das heißt, man kann die... Oh, der hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Konnten wir die Enderpelle noch werfen? Nein, konnten wir nicht. Lauf doch mal, lauf doch mal, lauf doch mal, lauf doch mal. Shit, wir haben nur noch zwei... An halb Dingsbums. Das schaffen wir nicht. Damit kommen wir nicht mehr weg. Shit. Aber es ist so eine Runde. Kacke. Wir sind noch hinterher. Hat er mich gerade verloren? Ich glaube, er weiß gerade nicht, wo ich bin. Oh shit. Oh, das. Oh. Ganz schön ist er. Alter, habe ich mich da noch gerettet eben aus dem Shit. Habe ich mich da gerade noch gerettet? Oh mein Gott. Das ist aber eine richtig Glückssache. Oh, der Schlawiner möchte also immer hin und her. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich kriege ihn noch. Ich kriege ihn noch mal hier ein bisschen. Nein. Nein. Oh, diese Scheiß. Ich hasse diese Druckplatte. Ja. Lauert er natürlich direkt beim Spawn. Na, ist ja schön. Aber warum funktionieren diese Druckplatten manchmal nicht? Ich hasse diese Druckplatten. Mal gehen die, mal gehen die einfach nicht. Jetzt gehen sie wieder. Oh, hat er mich noch erwischt. Shit. So ein Schweinchen. So ein Schweinchen. Oh Gott. Ist aber schon nochmal drin. Kommt er nochmal? Er kommt nochmal. Ne, er kommt nicht nochmal. Jetzt geht er woanders hin. Ach, hier sind übrigens die, ach das sind übrigens hier die, die ganzen Stats. Ich habe die Stats immer gesucht. Ich wusste ja nie, wie man bei Syndicate Games sich die Stats angucken kann, seine eigenen. Jetzt habe ich sie gesehen gehabt. Oh, gleich wieder ein Schwert. Ist das jetzt übrigens wieder derselbe gewesen? Ich glaube ja. Ich hoffe, er hat sich nicht gleich wieder ein Schwert geholt. Weil das wäre gleich wieder ein Todesurteil, glaube ich, für uns. Aber ich muss mal runter und holen uns die Enderperlen. So, komm, hoch. Oh, Alter, das gibt es doch nicht. Ich hoffe, er steht nicht gleich wieder irgendwo hier und... Ne, diesmal nicht. Ja, da wurde diesmal kein Schwert. Aber dann gehe ich diesmal gleich mal hier rum. Oh, da geht die Kacke schon wieder nicht. Ich habe das gesehen und ging die Droppleute wieder nicht. Und dann musste ich mich schon wieder mit einer Dings retten. Ich verstehe das immer nicht. Ich mache die mal gleich in die zweite Stelle. Ich bin nicht mehr so weit scrollen muss. Denn im Notfall funktioniert das meistens nicht rechtzeitig. Nicht rechtzeitig. Oh. Eisenbrustpanzer. Wunderbar. Zack. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier oben noch ein bisschen was zusammenkriegen. Ja, das geht. Ich möchte unbedingt mal ein Eisenschütter und ein Diamantschütter haben. Ich habe immer schon das nötige Kleinkram gehabt. Aber ich habe nie die Chance gehabt, das auch nur einmal richtig einzusetzen. Oh, er kommt hinterher. Ich habe nie die Chance, das wirklich mal richtig einzusetzen. Darum da. Alter, das ist doch nicht normal. Wie kann man... Das ist doch... Das ist doch nicht mehr normal, Alter. Ohne Witz. Das ist doch... Wie immer. Das ist doch nicht normal. Ohne Witz, Alter. Das ist... Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Komm, wir mal hier nochmal rein. Das mache ich jetzt. Okay, jetzt scheint jemand anders drin zu sein. Ne, ich habe ihn wieder erwischt. Eben war nämlich noch jemand anders reingegangen, aber ich glaube, der hat ja wahrscheinlich schon seinen Partner. Alter, das ist doch nicht... Das gibt es doch gar nicht. Da muss doch irgendwie mal zu schaffen sein. Na komm. Jetzt geben wir uns... Oh, jetzt haben wir richtig viele Erfahrungsfläschchen, aber natürlich nicht eine Waffe und auch kein Dings. Gut, da haben wir schon mal sechs Enderpenn. Ich hoffe, jetzt kommt er wieder mit dem Schwert hier oben. Das wäre ja ein Traum, Alter. Ne, diesmal ist er nicht da. Okay, das heißt, wir können uns also Mühe geben. Und hier jetzt schon mal die Kiste holen. Okay, Schuhe. Na, wieso hat er schon wieder ein Schwert? Wieso hat er schon wieder ein verkacktes Schwert? Ich komme auf wieder nicht weg hier. Aber das ist widerlich. Es ist widerlich. Ö, ja. Bin ich von dem Fliegen eben auf die andere Druckplatte gekommen und dann gleich wieder zurückgeflogen. Ach, der muss doch zu schaffen sein, Mensch. Ne, 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 ne. Mach doch nochmal eine Runde. Äh, er kommt ja immer wieder. Aber also haben wir die Chance, immer wieder zu verlieren. Wie er vorher schon gewonnen. Oh, Best-Kill-Streak zwölf? Meine Best-Kill-Streak war, glaube ich, elf, ne? Ja, gut. Oh. Hose. Diesmal haben wir diesen anderen Startpunkt. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück mit einer Waffe. Ich weiß es nicht. Oh, da hinten ist er. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn da schon rüberfliegen sehen. Vielleicht haben wir hier auch ein bisschen eine größere Chance, weil wir hier gleich die ganzen Kisten haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man hier irgendwie... Oh, das sieht nicht gut aus. Keine Waffe. Wir brauchen dringend... Oh, ne Waffe. Waffe, 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 Waffe ist immer gut. So, komm, nehmen wir die schon mal rein. Und jetzt gehen wir nochmal unten und holen uns da den Rest. Und eine Hose. Ach, die haben wir ja schon. Shit. Ich dachte, wir hätten Schuhe gehabt neben ihm schon eine Hose. Oh, dann müssen wir uns jetzt... ...ranhalten. Er hat eine Enderperle geworfen. Er hat eine Enderperle geworfen und diesmal einen Bienenwagen gekriegt. Alter, das gibt es auch gar nicht. Mein Gott. Warum schreibt er nicht mal eins? Wer einmal gewonnen hat? Oder ein Herz? Ich weiß es nicht. Komm, machen wir noch eine Runde. Eine letzte Runde mit dem noch. Wir kriegen ihn wahrscheinlich nochmal zu fassen. Und dann haben wir noch eine Runde. Übrigens nochmal als meine Info. One Late Night kommt jetzt nicht, doch nicht heute Abend, sondern erst... ...Morgenabend. Da das mich heute nicht zeitlich nicht schaffen werde. Da ich mich um halb acht nach Fahrschule habe. Bis voraus ist ich um Mitternacht. Also zwölf. Und deswegen kommt One Late Night erst... ...Morgenabend jetzt. Und da kriege ich es auch besser hin mit dem Aufnehmen und so. Deswegen kommt es erst erst morgen. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum heute doch noch ein Video kommt. Ne, dass euch mir jetzt... ...kurzfristig noch anders überlegt, dass One Late Night... ...also erst morgen kommt, weil ich immer noch mal bis dahin spielen muss. Das nimmt ja auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch. Insgesamt. Und deswegen kommt es erst dann morgen Abend. Damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Kommt er jetzt hier schon? Baaaaaah! Ach, shit. So, ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch, weil... ...kann mir dieses Elend nicht mehr mit angucken hier. Und dann würde ich sagen, war es auch hiermit... ...mit Syndicate Games. Alter. So, komm, wir gehen mal raus hier aus dem ganzen Schlammassel. Komm, wir gehen mal irgendwie... ...hier vorne, wo ein bisschen mehr Platz ist, so. So, und dann würde ich mal sagen, war es das auch hier... ...dieser Runde als Gameplay war natürlich mal wieder nicht berauschend. Aber wie gesagt, diese Info wollte ich euch noch mal mitgeben, dass One Late Night dann erst... ...Morgen Abend kommt und nicht heute Abend, wie es eigentlich ursprünglich dann geplant war. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns ganz normal. Morgen wieder zu zwei Videos, dann morgen Minecraft, PvP oder irgendwas und dann One Late Night. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, diesmal mit der Kerze, das Problem, das wir das letzte Mal hatten. Und dann würde ich sagen, bis morgen und danke fürs Zuschauen und tschüss zu... ...schüss.